Der InnoSpyre Go ist ein tragbarer Mesh-Vernebler, der insbesondere für die Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma und COPD entwickelt wurde. Er ist leicht zu bedienen und ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Behandlung. Anleitung Packen Sie Ihren Vernebler aus und vergewissern Sie sich, dass alle aufgeführten Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Lesen Sie sich vor der erstmaligen Verwendung des InnoSpyre Go aufmerksam die Gebrauchsanweisung durch. Reinigen Sie das Mundstück vor der ersten Behandlung wie in den Reinigungshinweisen beschrieben und laden Sie den Akku vollständig auf. Aufladen des Akkus Schließen Sie das Netzteil ganz einfach an der dafür vorgesehenen Stelle auf der Rückseite des Handgerätes an. Stecken Sie dann das andere Ende des Netzteils in eine Steckdose. Während des Ladevorgangs blinkt die LED am Vernebler grün. Lassen Sie den Akku weiter aufladen, bis die LED nicht mehr blinkt, sondern dauerhaft grün leuchtet. Dann ist der Akku vollständig geladen. Dies dauert etwa zwei Stunden. Mit einem vollständig aufgeladenen Akku können Sie etwa 30 Behandlungen durchführen. Sobald der Akku vollständig geladen ist, sollten Sie das Netzteil vom Handgerät trennen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Durchführung der Behandlung Verbinden Sie das Mundstück mit dem Handgerät. Öffnen Sie dann die grüne Medikamentenkammer und geben Sie Ihr flüssiges Medikament hinein. Achten Sie darauf, das maximale Füllvolumen nicht zu überschreiten. Es ist durch das Wort Max in der Medikamentenkammer gekennzeichnet. Schließen Sie den Deckel. Bei Verwendung einer Maske verbinden Sie erst den Maskenadapter mit dem Mundstück und dann die Maske mit dem Adapter. Schalten Sie den Vernebler durch Drücken der Einschalttaste am Handgerät ein. Die grüne LED zeigt an, dass der Akku geladen und das Gerät betriebsbereit ist. Leuchtet die LED dauerhaft gelb, reicht die Akkukapazität noch für mindestens eine Behandlung aus. Sie sollten Ihren Vernebler dann jedoch nach der nächsten Behandlung aufladen. Blinkt die LED gelb und erlischt, reicht die Akkukapazität nicht mehr für eine weitere Behandlung aus. In diesem Fall laden Sie den Vernebler einfach wieder auf. Stellen Sie sicher, dass aus dem Mundstück oder der Maske Aerosol austritt. Bei Verwendung des Mundstücks halten Sie das Handgerät in der Hand und umschließen Sie das Mundstück mit den Lippen. Atmen Sie dabei ganz normal durch den Mund. Bei Verwendung einer Maske halten Sie das Handgerät in der Hand und drücken Sie die Maske sanft auf Mund und Nase. Atmen Sie dabei ganz normal durch den Mund ein und aus. Neigen Sie das Handgerät während der Behandlung nicht weiter als 45 Grad. Andernfalls kann das Medikament in der Kammer nicht vollständig vernebelt werden. Möchten Sie die Behandlung unterbrechen, drücken Sie einfach die Einschalttaste. Einschalttaste. Drücken Sie sie erneut, um mit der Behandlung fortzufahren. Die Behandlung dauert etwa 4 Minuten. Sobald das Medikament vollständig vernebelt wurde, ertönt ein Piepton und das Licht blinkt. Das Gerät schaltet sich anschließend automatisch aus. Reinigung und Wartung Der Inus Biago besteht aus nur zwei Einzelteilen und ist somit besonders einfach und unkompliziert zu reinigen und zu pflegen. Beachten Sie unbedingt die Reinigungshinweise, um zu vermeiden, dass getrocknete Reste des Medikaments das Netz im Mundstück verstopfen. Nach jedem Gebrauch Entsorgen Sie die Reste des Medikaments, die in der Kammer verblieben sind. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um das Mundstück vom Handgerät zu trennen. Spülen Sie das Mundstück gründlich unter fließendem Wasser ab. Entfernen Sie durch Schütteln überschüssiges Wasser, legen Sie das Mundstück auf die Seite und lassen Sie es vollständig an der Luft trocknen. Tägliche Reinigung Waschen Sie das Mundstück von Hand in warmem Seifenwasser mit einem herkömmlichen, flüssigen Spülmittel. Spülen Sie es gründlich unter fließendem Wasser ab. Entfernen Sie überschüssiges Wasser durch Schütteln, legen Sie das Mundstück auf die Seite und lassen Sie es vollständig an der Luft trocknen. Wöchentliche Desinfektion Kochen Sie das Mundstück zehn Minuten lang bei geöffneter Medikamentenkammer in einem Topf mit ausreichend Wasser aus. Achten Sie darauf, dass das Mundstück den Topfboden nicht berührt und das Wasser nicht vollständig verdampft. Entfernen Sie überschüssiges Wasser durch Schütteln, legen Sie das Mundstück auf die Seite und lassen Sie es vollständig an der Luft trocknen. Allgemeine Pflege Das Handgerät ist besonders problemlos zu reinigen. Wischen Sie es einfach einmal in der Woche oder nach Bedarf mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Wenn Sie eine Maske verwenden, sollten Sie diese einmal pro Woche zwei Minuten lang in warmem Seifenwasser reinigen oder zehn Minuten lang darin einweichen. Spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Damit Sie stets die bestmögliche Behandlung erhalten, sollten Sie das Mundstück Ihres InnoSpire Go alle zwölf Monate austauschen. Bewahren Sie Ihren InnoSpire Go bei Nichtgebrauch in der schützenden Originaltasche auf. Wir hoffen, dass dieses Video nützlich für Sie war. Falls Sie weitere Hilfestellungen oder Tipps zum InnoSpire Go benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie den Philips Kundendienst unter www.philips.de-kontakt. www.philips.de-kontakt.